Der Rapper Bushido ist vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen worden. Das entschied das Amtsgericht Tiergarten am Donnerstag. Dem 35-jährigen Sänger war zur Last gelegt worden, einen Fan mit einem Schuh geschlagen zu haben. Von den Vorwürfen sei aber nichts übrig geblieben, sagte der Richter bei der Verhandlung. Ein mitangeklagter Nachbar des Musikers wurde ebenfalls freigesprochen.